Hi, ich bin Yvonne Essi, die Landesvorsitzende von Die Urbane in NRW. Mein Schwerpunkt ist dekoloniale Klimagerechtigkeit, bei der ich mich auf den historischen Kontext und dessen Auswirkungen fokussiere. Wenige profitieren auf Kosten vieler und der Zerstörung ökologischer Systeme. Wir müssen jetzt Verantwortung zeigen, dekolonial denken und nicht erst nächsten Freitag. Ich bin der Meinung, dass wir gesamtgesellschaftlich an den Punkt kommen sollten, dass wir realisieren, dass wir einen kompletten Systemwandel benötigen. Dafür müssen aber marginalisierte Menschen und die arbeitende Klasse mit an den Verhandlungstisch. Um unsere Rechte einzufordern, müssen wir auch auf Parteiebene eine Gegenmacht bilden. Mein Name ist Tara, ich bin stellvertretende Vorsitzende von Die Urbane NRW. Ich bin Tarek und ich bin Generalsekretär von Die Urbane NRW. Ich stehe für eine queer-feministische Befreiung und ein gutes Leben für alle, unabhängig von Passzwang, Profitgier und Polizeigewalt. Wir machen die Inhalte endlich wählbar, für die wir seit Jahren und Jahrzehnten auf die Straße gehen. Über den Punkt des Redens sind wir längst hinaus, denn es ist jetzt Zeit zu handeln. L-G-B-T-Q-R-A-A-B-L-S-B-I-P-U-C We are you, you and me, wir sind du, wir sind du. Weil mehr Stimmen zählen, als die Stimmen, die wählen. Du bist mehr als Partei, wir sind ein Movement.